Hühner im Stau und der Hahn krätsch. Was ist denn da los? Na komm, du kriegst doch mal was extra. Wer ist am schnellsten? Speed eating. So viel hatte ich vorher auch nicht mehr dabei. Klopf, Klopf hat es gemacht. Das gehört. Da war noch was drin. Da war noch was drin. Da war noch was drin. Da war noch was drin.